Mein Name ist Joel Fipp, ich bin 19 Jahre alt, mache Lehre als Automatiker und komme aus Kualalia. Ein Automatiker automatisiert die Maschinen, macht damit alles automatisch läuft und programmiert das Programmieren, aufbauen und in Betrieb nehmen. Ja, ich kann die Lehre gerade in der Nähe von mir machen, in der Vanasa, bei der Expo. Ich habe dort eine Schnupperlehre gemacht, das hat mir sehr gefallen, was ich dort gemacht habe. Dann habe ich gemeint, wir machen eine Lehre als Automatiker. Also ich finde jetzt ein Entwickler interessanter, weil man denkt immer neue Sachen. Und ja, reparieren ist eigentlich immer das Gleiche, wie der Kult sich. Ja, die Schwierigkeit ist sicher, dass wir gute Kommunikation zwischendurch haben, wie man redet und zeigt, wie weit man ist und absprechen, was man macht. So kommt man auch schnell eine Führung. Also, bis jetzt ist einem recht gut gegangen, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, es ist noch nichts entschieden, da kann man viel aufruhen und auch viel fliegen. Aber es kommt schon gut. Ciao.